Tag 4. Heute sind es 20 Kilometer, vorwiegend eben eine Strecke. Es geht ganz gut. Bisschen Schmerzen im rechten Bein, aber läuft ganz gut. Die letzten Tage waren ziemlich gebirgig, waren die Kilometer nicht so viele. Letzte Herberge war so durchwachsen. Ich wollte eigentlich in die andere, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil die hatten dort Bettwanzen. Also, alles richtig und jetzt noch eineinhalb Kilometer, dann sind wir in diesem schönen Dörf. Da bleiben wir dann die Nacht und mal sehen, wie es dann morgen wird. Hier ist Michael. We found somebody dumb enough to carry his two packs. Hola! Hola! Anda, Anda, Anda! He didn't see the front of you yet! Vamos! Vamos! Spanieros! Das war's.